Es wird immer irgendwie einen Prozentsatz der Leute geben, die werden dich nicht akzeptieren. So fucking what? Die Iraner sind nicht nur hochnäsig und jetzt mache ich mich total unbeliebt. Sie sind auch Rassisten. Wisst du es auch? Wie geht es dir? Sie sagt, wie es ist. Rassismus nervt. Ihre eigenen Vorurteile kann sie aber auch nicht immer abstellen. Sie hat Humor, aber keinen Bock auf politisch inkorrekte Witze. Schauspielerin, Musikerin, Autorin und Feministin Yasmin Tabatabai. Mir geht es sehr gut. Wie geht es dir? Mir geht es auch sehr gut. Wenn ich dich hier habe, geht es mir gut. Meine Landsleute. Weißt du, ich mag ja meine Landsleute immer gerne. Iranian Connection. Iraner sind die einzigen auf der Welt, die, glaube ich, keine Connection zueinander haben. Nicht, dass irgendjemand weiß, dass es Iran ist. Ich weiß, was du meinst. Sie klüngeln nicht so, ne? Richtig. Sie sind immer so stolz darauf, dass sie sich so gut assimilieren. Aber du hast jetzt in letzter Zeit wieder viel Iranisch gemacht, ne? Ja. Jetzt dein ganz aktuell, wobei Fly ist ganz aktuell, aber Mitra ist iranischer Regisseur. Ja, ja. Also Iranerin. Du hast noch nie ein Iranerin gespielt gehabt, ne? Doch, schon. Aber nicht auf Farsi komplett. Und wie war es? Super. Ja? Ja, nee, das ist wirklich... Also zwei Sachen. Zum einen ist es eine große Herausforderung gewesen, weil natürlich betrachte ich mich nach all den Jahren als deutschsprachige Schauspielerin und musste mir das richtig erarbeiten. Ich spreche Persisch im Alltag. Ich bilde mir auch ein, relativ ohne Akzent und so. Aber trotzdem sprichst du ja, wenn du lange im Ausland warst, das weißt du ja. Ja, ja. Sprichst du anders. Ja. Es ist weniger der Akzent, es ist mehr so die Geschwindigkeit. Ja. Und die Melodien, die du benutzt. Und du musst dich schon irgendwie da reinknien, das ist kein Selbstläufer. Oh, du bist ja halb-halb noch. Ich bin hierher gekommen mit zwölf. Ja. Also ich habe eigentlich doch länger da gelebt als du zum Beispiel. Ja, ich bin da nur fünf Jahre da gewesen. Mit fünf, ich weiß. Ja, ja. Und dann aber, nach drei, vier Jahren, ich bin ja am Anfang immer noch zurück in den Sommerferien. Aber da habe ich schon voll gemerkt, wir sind die Batsche on money für die, also die deutschen Kids. So ein bisschen war das auch beim Drehen natürlich mit den iranischen Schauspielern. Die haben mich damit auch aufgezogen, aber ich gehe da mittlerweile selbstbewusst damit um. Und wie war es, diese Geschichte im Film, die ja, kann ja auch unsere allereigene Geschichte sein, ne? Ihre Tochter wurde gestern vorhin gerichtet. Dieses Jahr haben wir das 40. Jubiläum der Islamischen Revolution. Diese Frau hat viele Menschen verraten. Ist deine Mama zu Hause? Sind sie Iranerin? Und für all dein Leid willst du keine Rache? Das verstehe ich nicht. Was wissen Sie denn über mein Leben? Was ist eigentlich los mit dir beim Spill? Das habe ich getan. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Familiengeschichte von Korvel Mudiri, der Regisseur und Autor. Dessen Schwester wurde ja tatsächlich Anfang der Revolution so, weißt du, so 81, 82 gab es doch die ersten großen Hinrichtungswellen. Also die Mujahedin haben sie, also die ja im Iran die Linke waren. Richtig. Und sie war im bewaffneten Kampf im Untergrund. Ja. Mitra, Choupon Sade, ihr Vater wurde vom Schahen gerichtet und sie selber von Khomei, also von den neuen Machthabern. Ja. Und das ist eine echte Geschichte. Und sie wurde damals sozusagen verraten von ihrer Freundin. Und Korvel hat erzählt, der hat schon diese Geschichte immer als Kind gehört, das ist ja seine Halbschwester, also er wurde sogar, er ist in Holland aufgewachsen und er hat dann immer sich so vorgestellt, was wäre, wenn meine Mutter diese Frau finden würde, die ihre Tochter verraten hat. Ja. Und das ist die Geschichte des Films, also eine What-If-Geschichte. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, das ist natürlich schon irre, wenn du dann auf Persisch spielst. Es ist wie wenn ich auf Persisch singe. Ja. Ich kann es gar nicht wirklich erklären, aber es geht eine andere Tür auf. Das ist das Schöne an diesen zwei Heimaten in sich drin zu haben. Es ist nur eine Bereicherung, letztendlich. Für mich immer gewesen. Natürlich passiert das nicht ohne Reibung, ohne Widerstände, ohne auch Identitätsfindung. Ja. Ja. Das war bei mir mit 14, 15 natürlich extrem, habe ich so gemerkt, oh Gott, ich verlerne die Sprache, oh Gott, ich muss. Dann habe ich mich so dagegen gewehrt, habe ganz viel geübt, habe die Schrift geübt, dass die sich von diesen Krakeln der Kinder weiterentwickelt. Wie viele Jahre bist du zur Schule gegangen? Vier? In Thera? Ne, bis zur sechsten. Bist zur sechsten. Ja, stimmt, zwölf warst du. Stimmt. Ja, ja. Bist zur sechsten. Ne, ne. Ich habe auch... Ebt te doi hast du voll gemacht quasi. Ja, ich war allerdings auf der... Also ich war auf der deutschen Schule Thera. Aber da wurde auch Persisch geschrieben. Ja, wir hatten Persischunterricht. Kannst du denn heute noch alles? Schreiben? Ja. Kann ich schon, ja. Aber ich sage immer, mein Farsi-Stand ist halt der, wenn ich ehrlich bin, der eines zwölfjährigen Kindes. Meine Großmutter war Persischlehrerin, Grundschullehrerin. Ah, perfekt. Und dann musste ich immer... Ich habe es gehasst, ne. Alle anderen Kinder haben gespielt. Ich musste dann noch Persisch... Alef, Be... Bist du in Hamburg bist du aufgewachsen? Ja, richtig, ja. Also in der... In der iranischen Enklave. In der iranischen Enklave, genau. Hamburg. 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 Und dann haben wir schön Persisch gelernt. Die einzige Stadt neben Ferranjfurt, die sie akzeptieren. Beblin finden sie ja fürchterlich eigentlich. Warum ist das so? Wenn ich hierherkomme, der einzige Stadt, der mich magisch anzieht, ist Charlottenburg. Alles andere mag ich nicht. Soll ich jetzt eine ganz böse Antwort darauf sagen? Die Hochnäsigkeit der Iraner, ne? Die Iraner sind nicht nur hochnäsig. Und jetzt mache ich mich total unbeliebt, sie sind auch Rassisten. Let's face it. Ja, das sind sie. Let's face it, ja. Also... Das stimmt. Das muss man auch dazu sagen. Also, es geschieht zwar alles immer auch so auf so einem humorvollen Weg. Aber sie sind es. Aber... Aber... Aber sowas... Bist du es auch? Ich habe sicherlich auch Stereotype im Kopf. Ich mache sie mir bewusst und ich versuche es nicht zu sein. Und ich versuche ganz aktiv... Dagegen vorzugehen, ne? Ja, das auch zu benennen, zu erkennen. Und das ist mir ja schon auch sehr wichtig. Also gut, ich bin natürlich sehr bei der Frauensache immer dabei gewesen. Und immer sehr, weißt du, Feministen gegen Sexismus nach vorne und so weiter. Ja, ja. Und das geht aber alles Hand in Hand. Ich denke, es ist auch immer recht heilsam, wenn gerade auch wir Iraner uns auch anschauen, was wir so letzten Endes für Rassismen mit uns rumtragen. Das ist sehr wichtig. Aber das funktioniert schon ganz gut. Irgendwie sind sie... Ich glaube, die Iraner sind ganz lernfähig. Und die Iraner im Iran haben sich verändert. Also ich kriege halt alles über meine Nichten mit, die natürlich da aufgewachsen sind. Alle mittlerweile hier studieren, hier leben, hier arbeiten und so. Ja, ja. Aber ich selber fahre ja eigentlich seit dem Tod meines Vaters fahre ich nicht mehr hin. Also 87 war ich das letzte Mal da. Hast du einfach entschieden, nicht mehr hinzufahren? Ja, also es hat sich irgendwann mal so einfach ergeben. Also es hat ehrlich gesagt doch damit zu tun mit den Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe. Ich wollte Schauspielerin werden, immer schon. Das war mein absoluter Traumberuf. Mir war dann irgendwann mal schon klar, okay, wenn du jetzt hier Filme drehst und das dann auch volle Kante machst, inklusive Liebesszenen, Nacktszenen, unverschleiert auftreten und so weiter. Ja, dann bedeutet das letzten Endes, dass du nicht so ohne weiteres dann mehr in den Iran fahren kannst, solange dieses Regime da ist. Ja. Und ich will mich gar nicht so als Heldin aufspielen und so. Es ist einfach nur, wozu man sich entscheidet. Also beides geht irgendwie schlecht, ne? Ja, das ist so. Fährst du noch in den Iran? Ich fahr fast jedes Jahr in den Iran. Ich fahr fast jedes Jahr in den Iran. Ich beneide dich sehr darum. Ich liebe dieses Land. Ich habe das auch immer als großes Geschenk betrachtet und als Privileg, in zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Und ich weiß gar nicht, warum ich auf eine dieser Seiten verzichten soll, nur weil Leute das meinen. Ja, also die Iraner wollen das ja nicht. Die sagen, ich habe noch nie von einem Iraner gehört, dass er mir sagt, verzichte mal auf deine deutsche Seite. Aber auch von deutscher Seite habe ich schon häufig gehört. So nicht, aber ich habe schon von Iranern gehört, willst du wirklich einen Deutschen heiraten? Das stimmt. Willst du wirklich so und so? Also das meine ich. Also es sind auch keine Unschulds... Das stimmt, da hast du recht. Wenn es um solche Themen geht, dann geht es natürlich. Muss man die Iraner auch nicht idealisieren, aber es ist halt so, beides ist albern. Ja. Warum soll irgendjemand irgendeine Seite von sich verleugnen, damit jemand anderer sich sicher fühlt? Genauso wie meine Zugehörigkeit zu diesem Land wird nicht bestimmt von anderen Leuten. Nein. Es ist, wie ich mich fühle und ich habe jedes Recht, in diesem Land zu leben. Es ist doch das, was Max Czolek schrieb, als hast du sein Buch gelesen. Hast du bestimmt gelesen. Desintegriert euch. Für mich hatte das etwas Tröstliches. Weil wenn du akzeptierst, wird immer irgendwie einen Prozentsatz der Leute geben, die werden dich nicht akzeptieren. Richtig. So fucking what? Das Problem kommt dir auf, wenn diese Leute in Entscheiderfunktionen drin sitzen und dir versuchen, das Leben in allem, was du tust, schwer zu machen. Und dann gibt es immer auch welche, die nicht so sind und nicht so denken. Natürlich. Auch in diesen Positionen liegen. Und dann musst du halt kennen. Es ist halt unsere Herausforderung. Es bleibt immer eine Herausforderung. Es bleibt immer eine Herausforderung. Und diesen Platz in der Gesellschaft auch zu fordern. Richtig. Natürlich merke ich auch. Mich nervt es auch. Ich habe das extrem gemacht. Als gerade dieses Sarrazin-Buch rauskam. Ja. 2010. Da hatte ich gerade mein Buch geschrieben. Ja, das ist so gerade dein Buch über deine Heimat und Herkunft und zu Hause. Ja, richtig. Und habe gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Plötzlich wurde ich ungelungen in jedem Interview nach meinem Glauben gefragt. Und ich immer so, was meinen Sie denn mit meinem Glauben? Ja, also, ich meine, Entschuldigung, Sie sind ja Muslim. Da habe ich gesagt, sehen Sie mich eigentlich? Haben Sie irgendwas gesehen, was ich gemacht habe? Dann könnten Sie mich nicht ernsthaft die Frage stellen, ob ich religiös bin. Ja, richtig. Oder praktizierende Muslimer, weil dann würde ich jetzt hier nicht so sitzen vor Ihnen. Und so weiter. Mein deutscher Mann wird nie nach seinem katholischen Glauben befragt. Nie. No. Gut, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber das war wirklich, tut mir leid zu sagen, der Türöffner. Schon, ganz sicher. Das sehe ich genauso. Sarah ziehen wir der Türöffner. Ja. Und dann ging dieses vermeintliche Recht, diese Fragen stellen zu dürfen. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen im Moment, die es zu lernen gibt für uns alle ist, dass wir einfach empfindsamer werden und offener für Ismen, die uns nicht selber betreffen. Richtig. Wie oft wird dir als Frau erklärt, es hat mit Sexismus nichts zu tun. Nein, es hat nichts damit zu tun. Immer so. Und ich glaube, diese Sprüche können wir uns alle vornehmen, einfach grundsätzlich zu lassen. Richtig. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Rassismus erfahren, ein schwarzer Mensch, dann sagt man nicht, das hat mit Rassismus nichts zu tun. Das ist einfach, der hatte einfach einen schlechten Tag. Ja. Als ich ein junges Mädchen war, eine junge Schauspielerin. Das war gang und gäbe homofeindliche Witze am Filmset und sexistische Witze am Filmset. Und was haben wir gemacht? Wir haben es so weggelacht, damit wir irgendwie cool sind. Und haben noch einen härteren Spruch zurückgemacht und so weiter. Das sind Sachen, das habe ich mir auch komplett abgewöhnt. Wenn jemand irgendeinen blöden Spruch macht, dann lache ich nicht mehr drüber. Richtig. Also kann man sagen, es ist alles so freudlos und humorlos. Aber du musst ja mal überlegen, für wen ist das ein Spaß? Und für wie viele Leute ist es kein Spaß? Ja, richtig. Und es ist ganz oft ganz bestimmt nicht böse gemeint, aber es ist wahnsinnig nervlich. Ich sehe es, ich habe ja auch eine 18-jährige Tochter und ich sehe auch, was dieser Generation extrem wichtig ist. Es sind tatsächlich wirklich auch solche Genderfragen. Und wirklich eine Gesellschaft wollen die haben, wo alles vorkommt und alles sein darf. Meine Tochter ist viel strenger als ich mit diesen ganzen Sachen. Ja, ja, ja. Es war eine schöne Fahrt mit dir. Ja, es ging so schnell vorbei. Also wenn du einen Fahrer brauchst, nächstes Mal sagst du Bescheid. Ich fand es super. Es war mir eine große Freude. Ebenso. Mach es gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.